Ja, ganz herzlichen Dank, Senja, für die liebe Einführung und auch Ihnen vielen Dank fürs Erscheinen trotz der widrigen Verkehrssituation. Von meiner Seite aus herzliches Willkommen und eben ein Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier etwas über unsere Forschung zu Inzivilität in Online-Diskussionen zu erzählen. Was ich in den folgenden Minuten mit Ihnen vorhabe, sagt bereits der Titel dieses Vortrags. Ich erzähle Ihnen erst kurz etwas dazu, was wir in der Kommunikationswissenschaft unter Inzivilität verstehen und warum die Forschung dazu gerade in der heutigen Zeit wichtig ist. Dann gehen wir in die verschiedenen Bereiche. Zunächst habe ich Ihnen ein paar Zahlen dazu mitgebracht, wie verbreitet Inzivilität in Online-Diskussionen ist. Anschließend beleuchten wir verschiedene Ursachen, warum Menschen inzivil kommunizieren und schauen uns an, was inzivile Kommunikation mit Menschen macht, an die sich solche Kommunikation richtet oder die solche Kommunikation als Beobachterinnen und Beobachter lesen. Legen wir also direkt los. Was ist Inzivilität und warum ist sie ein Problem? Senja hat das eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht, aber der Begriff Inzivilität ist Ihnen möglicherweise im Alltag gar nicht so geläufig. Als Inzivility hat er in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend Einzug gehalten in die englischsprachige Forschung zu politischer Kommunikation und in Ermangelung eines deutschen Begriffs mit gleicher Bedeutung haben wir den englischen Begriff dann einfach als Inzivilität eingedeutscht. Es gibt verschiedene Definitionen dieses Phänomens. Generell wird darunter eine Kommunikation verstanden, die sich durch ein Übermaß an Respektlosigkeit auszeichnet und die Werte und Normen des demokratischen Miteinanders offen missachtet. Inzivilität ist dabei so eine Art Sammelbegriff für Phänomene wie Beleidigungen und Beschimpfungen, Vulgärsprache, abfällige Bemerkungen und Kompetenzabsprachen sowie Lügenvorwürfe, Extremismus, Rassismus und Hassrede. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen auch noch Phänomene wie Sarkasmus und Zynismus dazu. Also ein breites Spektrum an gelinde gesagt unschönen Kommunikationsphänomenen. Wichtig ist dabei, dass Inzivilität nicht die bloße Äußerung von Ablehnung, Kritik und Meinungsverschiedenheiten meint. Das sind wichtige Elemente eines demokratischen Diskurses. Inzivilität geht stets zusätzlich einher mit Abwertung des oder Respektlosigkeit gegenüber dem oder den Adressaten. In der Kommunikationswissenschaft wurde Inzivilität zudem als Normverstoß definiert, genau genommen als ein als sanktionswürdig wahrgenommener Verstoß gegen Kommunikationsnormen, die Kooperation zwischen Beteiligten ermöglichen. Dazu zählen interpersonale Normen wie Höflichkeit und Etikette, aber auch liberal-demokratische Normen wie Gleichheit, Freiheit und Würde. Diese normbasierte Sichtweise ist wichtig, um zu verstehen, warum Inzivilität ein Problem ist. Dazu kurz zwei Perspektiven, eine demokratietheoretische und eine politisch praktische, die aber miteinander verbunden sind. Inzivilität kann zunächst als Verstoß gegen Regeln der sogenannten Deliberation verstanden werden. Deliberation ist ein voraussetzungsreicher Kommunikationsprozess zur Lösung von politischen Problemen. Das Konzept geht unter anderem auf den Soziologen Jürgen Habermas zurück, auch ein Düsseldorfer, aber es gibt auch eine US-amerikanische Tradition dieser Forschungsrichtung. Aus der Habermaschen Diskursethik haben Deliberationsforscher Anforderungen an Diskussionen über politische Themen abgeleitet, wie sie im Idealfall ablaufen sollten. Und zu diesen Anforderungen gehören unter anderem auch Zivilität und Respekt. Inzivilität verstößt nun gegen diese Diskursnormen und verhindert daher die potenziell positiven Effekte der politisch-diskursiven Beratschlagung, wie Konsensfindung, Kompromissbildung, Toleranzentwicklung gegenüber anderen Perspektiven. Dass das nicht nur theoretische Bedeutung hat, zeigt das Zitat des deutschen Bundespräsidenten, der Vernunft und Zivilität im Rahmen seiner Rede bei der Republika 2019 als wichtige Währung einer Demokratie dargestellt hat. Klar, denn Demokratie basiert darauf, dass im Prozess der Willensbildung und Entscheidungsfindung nicht diejenigen dominieren, die am lautesten schreien, sondern im Idealfall sollten sich diese Prozesse in einem argumentativen und möglichst respektvollen Diskurs um das Für und Wider von Positionen vollziehen. Zusammengenommen wird Inzivilität also als eine Bedrohung einer gesunden Demokratie und eines funktionierenden demokratischen Diskurses gesehen. Es gibt zwar auch andere Perspektiven, die das ein bisschen anzweifeln, aber für diesen Vortrag bleiben wir erst einmal dabei. An Relevanz gewinnt die Untersuchung von Inzivilität zudem noch einmal, weil sie bei weitem nicht nur in Online-Diskussionen auftritt, sondern in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war ein Meister des inzivilen Diskurses. Kaum ein Tag verging, an dem er auf Twitter nicht jemanden beleidigte, der Lüge bezichtigte oder ihn oder sie als inkompetent darstellte. Aber auch Populisten und Extremisten jeglicher Couleur beherrschen das Spiel mit dem kommunikativen Normverstoß gewissermaßen im Schlaf. Und auch in der Zivilgesellschaft beschimpfen und verunklimpfen die Menschen aktuell scheinbar alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ganz egal, ob auf Corona-Gegendemonstrationen im Rahmen von Traktorprotesten oder auf anderen Demonstrationen. Überall sieht man Plakate, die inzivile Äußerungen enthalten. Haben wir es also mit einem Zeitalter der Inzivilität zu tun? Wie verbreitet sind die Herabwürdigungen und Respektlosigkeiten, vor allem eben auch in Online-Diskussionen? Damit beschäftigen wir uns im Folgenden. Doch bevor wir spezifisch in die Online-Welt eintauchen, erstmal ein paar Zahlen dazu, wie verbreitet die Deutschen verschiedene Formen der Inzivilität generell im öffentlichen Diskurs wahrnehmen. Die Daten hier stammen aus der Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, an der ich, wie Senja schon gesagt hat, beteiligt bin. Wir haben im Jahr 2022 in einer repräsentativen Befragung 1200 Bürgerinnen und Bürger unter anderem gefragt, wie häufig sie wahrnehmen, dass Personen im öffentlichen Diskurs verschiedene inzivile Verhaltensweisen an den Tag legen. Öffentlicher Diskurs meint dabei ein breites Spektrum, von Bundestagsdebatten über politische Talkshows bis hin zu Diskussionen und Debatten im Internet. Die Ergebnisse, die Sie hier sehen, zeigen, dass Inzivilität nicht als Randphänomen wahrgenommen wird. Knapp 30 Prozent der Deutschen über 18 sagen, dass es im öffentlichen Diskurs oft vorkommt, dass Personen Vorurteile über andere äußern. Jeweils ungefähr jeder fünfte Deutsche konstatiert, dass man es heute häufig sieht, dass Personen die Diskussion verweigern, sich allgemein unhöflich und respektlos verhalten, bösartige oder zynische Bemerkungen machen, bewusst die Unwahrheit sagen oder andere sogar beschimpfen und beleidigen. Deutlich seltener, zum Glück kann man sagen, werden nur Gewaltaufrufe gegen Personen oder Gruppen wahrgenommen. Da haben wir acht Prozent der Deutschen, die das häufig wahrnehmen. Das ist insgesamt schon etwas besorgniserregend, kann man sagen, aber jetzt auch noch kein Indiz dafür, dass man sich im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht mehr mit Respekt begegnet. Doch wie sieht es jetzt spezifisch im Internet aus? Hier bekommt man ja durchaus öfters den Eindruck, dass Online-Diskussionen einem Schlachtfeld gleichen, auf dem sich Menschen mit verbaler Aggression um die Vorherrschaft der eigenen Meinung bekriegen. Hier einmal symbolisch anhand eines historischen Gemäldes dargestellt. Aber auch mit Zahlen untermauert auf den folgenden Folien. Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen führt spezifisch zum Thema Hasskommentare im Internet seit Jahren eine ebenfalls repräsentative Befragung durch, in der Leute gefragt werden, wie häufig ihnen Hasskommentare auf Websites sowie in Blogs, sozialen Netzwerken und Internetforen begegnen. Die gute Nachricht zuerst, der Anteil an Deutschen, die solche Kommentare häufig oder sehr häufig sehen, ist seit dem Jahr 2019 relativ stabil. Eine zunehmende Verrohung der Diskurskultur im Internet lässt sich hier kaum konstatieren. Die weniger gute Nachricht ist, dass die Zahlen auf einem recht hohen Niveau stabil sind. Mehr als jeder dritte Deutsche gibt nämlich seit einigen Jahren an, Hasskommentare häufig oder sehr häufig im Internet zu sehen. Diese richten sich in der Wahrnehmung der Befragten am häufigsten gegen PolitikerInnen, gefolgt von Menschen mit anderen politischer Einstellung, das überschneidet sich wahrscheinlich ein bisschen, Geflüchteten, Menschen mit Migrationshintergrund und Angehörigen der LGBTQ-Gemeinschaft. Hier könnten die ein oder anderen jetzt schon auf die Idee kommen, von besorgniserregenden Zahlen zu sprechen. Aber halt, die Wahrnehmung der Menschen könnte ja auch verzerrt sein. Etwa weil die Medien überproportional häufig über negative Phänomene wie Hass und Hetze im Netz berichten und die positiven Aspekte solcher Diskussionen vielleicht gar nicht so berichtenswert finden. Wie kann man das jetzt ausschließen, dass wir es hier vielleicht mit einer Wahrnehmungsverzerrung zu tun haben? Das kann man zumindest zum Teil ausschließen durch sogenannte Inhaltsanalysen, die wir in unserer Forschung häufig durchführen. Seit knapp zehn Jahren schauen sich meine Kolleginnen, MitarbeiterInnen und ich regelmäßig Stichproben von Kommentaren in Online-Diskussionen an und bewerten für jeden Kommentar, ob darin verschiedene Formen von Inzivilität enthalten sind. Besonders häufig haben wir das für Diskussionen auf den Social-Media-Seiten von Nachrichtenmedien getan, insbesondere auf Facebook. Diese Analysen bestätigen die Wahrnehmung der Befragten aus den früheren Studien weitgehend. In knapp jedem dritten veröffentlichten Kommentar finden wir herabwürdigende Bemerkungen, Beleidigungen oder Schimpfwörter. Ähnlich viele Kommentare verstoßen gegen die sogenannte Prozess- oder Kohärenznorm, indem sie zum Beispiel die Relevanz des diskutierten Themas infrage stellen und dadurch sogenannten Whataboutism betreiben. Wenn man diese Form der Inzivilität aber vielleicht noch als weniger schädlich für die Demokratie bezeichnen kann, enthält ein geringerer, aber nicht verschwindend geringer Anteil an Kommentaren, nämlich 11 bis 15 Prozent, potenziell demokratiegefährdende Inzivilität, darunter antagonistische Stereotype, Rassismus, Sexismus und Gewaltandrohungen. Besonders bemerkenswert finde ich das vor dem Hintergrund, dass wir unsere Inhaltsanalysen nur mit veröffentlichten Kommentaren durchführen können. Wir sehen also möglicherweise in Social Media aber nur die Spitze des Eisbergs. Was wir dank interner Daten, die uns von Medienpartnern zur Verfügung gestellt wurden, auch teilweise belegen können. Der Kreis hier auf der linken Seite stellt die Gesamtzahl an Kommentaren dar, die in einem Monat auf der Facebook-Seite eines überregionalen Nachrichtenmediums gepostet wurden. 770.000 Kommentare. Das sind knapp 25.000 Kommentare am Tag. Man will nicht derjenige sein, der diese Kommentare alle lesen muss. Von diesen 770.000 Kommentaren hat das Nachrichtenmedium 133.400 Kommentare gelöscht oder verborgen. Man kann annehmen, dass diese 17 Prozent der Beiträge größtenteils Formen von Inzivilität enthielten, die unter die Kategorie Demokratie gefährdend fallen. Der Anteil dieser Kommentare, die wir also in unseren Inhaltsanalysen erfassen können und die wir mit demokratiegefährdend inzivil bezeichnen, unterschätzen wir also sicherlich, weil wir die ganzen gelöschten Kommentare darauf nicht mehr sehen. Die sind nur durch die Moderationsarbeit der Medien sozusagen nicht mehr sichtbar. Wie steht es um die Entwicklung von Inzivilität über die Zeit? Wir erinnern uns, die Prävalenz von Hasskommentaren war in der Wahrnehmung der Befragten über die Jahre hinweg relativ konstant und keinen starken Schwankungen unterworfen. Ich habe nochmal für diesen Vortrag einen automatischen Codierer trainiert, der mit Hilfe von maschinellem Lernen unsere Stichproben von Online-Diskussionen zwischen den Jahren 2015 und 2020 auf die Häufigkeit von Inzivilität untersuchen konnte. Dieser automatische Codierer erfasst zwar nur bestimmte Formen von Inzivilität, daher sind auch die absoluten Prozentwerte hier nicht mit den Prozentwerten auf den vorigen Folien vergleichbar, weil da haben Menschen die Inzivilität codiert. Dafür hat der automatische Codierer aber die Möglichkeit, sehr viele Kommentare auf einmal zu codieren und verwendet einheitliche Kriterien. Soviel zum theoretischen Hintergrund. Interessant sind aber natürlich vor allem die Ergebnisse. Demnach hatte Inzivilität, wie Sie hier sehen, in Online-Diskussionen vor allem in den Jahren 2017 und 2018 Hochkonjunktur und wurde in mehr als jedem fünften Beitrag von dem automatischen Codierer erkannt. Wenn wir uns erinnern, das waren die Höhepunkte der sogenannten Flüchtlingskrise. Davor und wieder im Corona-Jahr 2020 waren nur etwas mehr als jeder zehnte Kommentar von Inzivilität betroffen. Also durchaus eine zeitliche Konjunktur, die wir hier zumindest inhaltsanalytisch feststellen können. Schließlich ist auch bemerkenswert, dass Inzivilität nicht nur zeitlichen Schwankungen unterliegt, sondern auch auf verschiedenen Plattformen im Internet ein unterschiedlich großes Problem ist. Die Abbildungen hier, die Balken, die Sie gleich sehen, vergleichen die Prävalenz von Inzivilität in einer Stichprobe von Online-Kommentaren auf Facebook mit der Inzivilität von Beiträgen im sogenannten Mein-Fernsehen-Projekt. Bei Letzterem wurden BürgerInnen eingeladen, auf einer Partizipationsplattform über die Zukunft des Fernsehens zu diskutieren. Die Ergebnisse wurden damit Senderverantwortlichen und Filmschaffenden diskutiert. Zu sehen ist, dass Inzivilität auf der Partizipationsplattform Mein Fernsehen zwar nicht nicht existiert, aber zu einem deutlich geringeren Ausmaß als in den Diskussionen auf Facebook. Beleidigungen kamen zum Beispiel nur in zwei Prozent der Beiträge auf der Partizipationsplattform vor, aber in zehn Prozent der Beiträge in den Facebook-Diskussionen. Inzivilität scheint somit vor allem in sogenannten Weak Publix aufzutreten, also in solchen öffentlichen Räumen, in denen keine kollektiv bindenden Entscheidungen vorbereitet oder getroffen werden. Sogenannte Strong Publix wie Partizipationsverfahren, von denen mein Fernsehen eins war, wo BürgerInnen miteinander konkrete politische Maßnahmen diskutieren, die dann vielleicht auch umgesetzt werden, haben weniger mit Inzivilität zu kämpfen. Dafür mit anderen Problemen, auf die wir hier aber im Vortrag jetzt erstmal nicht eingehen. Zwischenfazit, was man festhalten kann. Inzivilität ist als Begriff ein Sammelbegriff für verschiedene Formen respektloser und herabwürdigender Kommunikation. Nicht alle Formen sind zwingend demokratiegefährdend, manche sind nur unschön vielleicht, andere sind aber sehr wohl auch unerwünscht. Inzivilität ist kein Randphänomen, wie Sie gesehen haben, aber nicht alle Online-Diskussionen sind gleichermaßen respektlos und hasserfüllt. Und wie ich Ihnen am Beispiel der Medien, der internen Mediendaten gezeigt habe, sehen wir oft nur die Spitze des Eisbergs und durch die Moderationsaktivitäten bleiben die meisten Menschen, zumindest auf den großen Social-Media-Plattformen, von einer Schwämme von drastischen Formen von Inzivilität weitgehend verschont. Soviel zur Verbreitung von Inzivilität. Damit sind wir beim zweiten großen Thema, den Ursachen dieser Inzivilität in politischen Online-Diskussionen. Woher kommt die Inzivilität? Warum schreiben Menschen eigentlich respektlose und normverletzende Beiträge? Wie immer, wenn Sie Sozialwissenschaftler fragen, lautet die Antwort, es ist kompliziert und nicht monokausal. Tatsächlich sind die Gründe für die Verbreitung von Inzivilität beinahe so vielfältig wie die Erscheinungsformen dieser Kommunikation. Aber einige Hauptverdächtige lassen sich dennoch ausmachen. Ursachen für inzivile Kommunikation liegen demnach in Eigenschaften von Kommunikationsräumen, in den Eigenschaften von den Nachrichten und Themen, die die Leute diskutieren, in den Eigenschaften von den Nutzenden, die inzivil kommunizieren und in Eigenschaften von Situationen. Diese Bereiche gehen wir im folgenden mal durch und ich präsentiere Ihnen zu jedem ein paar empirische Daten. Bei den Eigenschaften von Kommunikationsräumen begegnet uns immer wieder die Anonymität als Hauptverdächtiger für Inzivilität. Die verbreitete Annahme ist, wie hier symbolisch in diesem nicht ganz ernst gemeinten Modell dargestellt, dass eine normale Person, der man anonyme Kommunikation vor einem größeren Publikum ermöglicht, quasi automatisch zu einem schimpfenden und zeternden Subjekt wird. Gründe, warum Anonymität enthemmte und inzivile Kommunikation fördern könnte, wurden dabei vielfach genannt. Zum einen zum Beispiel, weil Anonymität das Risiko reduziere, für seine Aktionen sanktioniert und bestraft zu werden. Wenn ich unter einem Fantasienamen schreibe, dann, so die Annahme, kann ich mich beliebig austoben und es wird zumindest nicht unmittelbar mit meiner Person in Verbindung gebracht werden. Zum anderen soll Anonymität von normativen und sozialen Verhaltenszwängen befreien. Aggressiv und respektlos zu kommunizieren gilt gesellschaftlich erstmal als moralisch nicht so erwünscht. Unter dem Deckmantel der Anonymität kann ich mich aber von diesem gesellschaftlichen Moralkorsett befreien und ungeschminkt das sagen, was ich gerade wirklich denke. So die verbreiteten Annahmen. Wie sieht es empirisch damit aus mit dieser These, dass aufgrund von Anonymität mehr in Zivilität kommuniziert wird? Schaut man sich die Studien zu dem Thema an, so kann man zunächst geneigt sein, dieser Anonymitätsthese zuzustimmen. Viele Studien vergleichen nämlich einfach die Diskussionsbeiträge von Nutzenden auf zwei verschiedenen Plattformen. Auf einer sind die Menschen vorzugsweise anonym unterwegs oder mit Pseudonymen, also irgendeinem Fantasienamen. Auf der anderen Plattform sind sie mehrheitlich unter Klarnamen unterwegs. Wir haben das in einer Studie selbst gemacht und Kommentare auf den Websites von vier Nachrichtenmedien mit den Kommentaren zu denselben Beiträgen und denselben Themen auf Facebook verglichen. Auf den Websites waren die meisten Nutzenden mit einem Pseudonym registriert. Auf Facebook waren sie häufiger unter Klarnamen unterwegs. Das Ergebnis, das ähnlich auch von anderen internationalen Studien bestätigt wird, ist, dass in knapp 40 Prozent der anonymen Kommentare auf den Websites in Zivilität festzustellen ist, während es bei den Facebook-Kommentaren nur 26 Prozent waren. Ist das jetzt ein Beleg für die These, dass Anonymität enthemmt? Ich würde sagen mitnichten. Denn neben der unterschiedlichen Namensverwendung divergieren die untersuchten Plattformen auch hinsichtlich vieler weiterer Merkmale. Es könnte zum Beispiel sein, dass inzivile Kommentare auf Facebook lediglich konsequenter von der Moderation gelöscht werden. Mit Sicherheit ist dort auch ein anderes Publikum unterwegs als auf den Websites. Sicher lassen sich die unterschiedlichen Inzivilitätsausmaße jedenfalls nicht nur auf den Anonymitätsfaktor zurückführen. Will man diese Sicherheit haben, muss man Experimente durchführen. Und zwar keine Experimente, wie sie häufig in Ratgeber- und Wissenssendungen gezeigt werden, sondern tatsächlich Studien unter kontrollierten Laborbedingungen. Eines dieser Experimente zum Thema Anonymität haben Kolleginnen von der Universität Duisburg-Essen bereits vor einigen Jahren durchgeführt. In diesem Experiment wurden 62 Fußballfans zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Beide Gruppen sahen eine Nachricht über ein mögliches Stehverbot in Fußballstadien. Unter diesen Nachrichten standen bereits einige Kommentare und die Teilnehmenden an dem Experiment wurden aufgefordert, eigene Kommentare zu schreiben. Bei der Hälfte der Teilnehmenden waren die Kommentare der anderen anonym und die Teilnehmenden hatten auch selbst die Möglichkeit, anonym zu schreiben. Bei der anderen Hälfte der Teilnehmenden sah man in den bereits geschriebenen Kommentaren die Klarnamen der Kommentierer und auch die Teilnehmenden selbst mussten ihre Kommentare unter Verwendung ihres Facebook-Profils schreiben. Die Wissenschaftlerinnen werteten dann die Kommentare aus und zählten die Zahl der aggressiven Wörter in den Kommentaren, die die Teilnehmenden anonym oder unter Klarnamen geschrieben hatten. Die Hypothese war, entsprechend dem Anonymitätsgedanken, anonym verfasste Kommentare enthalten mehr aggressive Wörter als unter Klarnamen verfasste Kommentare. Die Auswertung brachte hervor, im Schnitt waren die Kommentare in beiden Gruppen etwa 100 Wörter lang. Die anonymen Kommentare enthielten im Schnitt 1,35 aggressive Wörter, die unter Klarnamen verfassten Kommentare sogar 0,57 Wörter. Auf 100 Wörter hochgerechnet aber ein sehr geringer Unterschied, wie Sie hier auch sehen an dieser Skala, der statistisch auch nicht signifikant, also überzufällig war. Dieses Experiment unter kontrollierten Bedingungen findet also keine deutlichen Belege für einen allgemein enthemmenden Effekt von Anonymität. Es gibt sogar Studien, die Hinweise darauf finden, dass Menschen unter echtem Namen online mehr Inzivilität und Aggression verbreiten. Das Zitat hier stammt aus einer Studie, in der eine sehr große Menge an Diskussionsbeiträgen zu Online-Petitionen untersucht wurde. Viele dieser Petitionen forderten zum Beispiel Rücktritte von Politikern, da ihnen Fehlverhalten attestiert wurde. Auf dieser Petitionsplattform konnte man ebenfalls Diskussionsbeiträge zu diesen Petitionen schreiben und zwar nach eigener Wahl anonym oder unter Klarnamen. Den Analysen der Autoren zufolge waren die Beiträge von Nutzenden unter Klarnamen im Schnitt aggressiver und herabwürdigender als die Beiträge von anonymen Nutzenden. Die Autoren erklären diesen Effekt sozialpsychologisch und ich finde die Erklärung tatsächlich auch ganz interessant. Sie sagen, dass Menschen, die wahrgenommenes Fehlverhalten von Politikern oder anderen Akteuren kritisieren und sanktionieren, dass die sich im Kampf für eine gerechte Sache sehen, nämlich die Ordnung wiederherzustellen und die sozialen Normen quasi aufrecht zu erhalten. Unter diesen Umständen, so die Argumentation, sei auch die Verwendung von aggressiver und abwertender Sprache nicht moralisch verwerflich, sondern notwendig, um wirklich zu zeigen, dass die Leute sich falsch verhalten haben, die man da kritisiert. Und wenn man sich im Kampf für die richtige Sache sieht, so die Argumentation, muss man auch nicht anonym kommentieren. Im Gegenteil, Anonymität würde die Glaubwürdigkeit der geäußerten Kritik eher reduzieren. Das ist eine, wie ich finde, recht interessante Perspektive, die ein neues Licht darauf wirft, warum immer wieder auch beobachtet wird, dass Menschen in sogenannten Shitstorms scheinbar sorglos unter Klarnamen respektlose und herabwürdigende Beiträge verbreiten. By the way, dieses wahrgenommene Fehlverhalten kann sich quasi gegen jede Person richten, die sich in die Öffentlichkeit begibt. Ich habe vor einigen Jahren dem WDR ein Interview zur Rolle sozialer Medien in unserer Gesellschaft gegeben und dieses Video wurde anschließend auf YouTube hochgeladen, woraufhin sich ein gewisser Rudolf Schriemel, Klarname zumindest scheinbar, ein fast schon klischeehaften Hasskommentar gegen mich und die Medien geschrieben hat und mir Inkompetenz vorgeworfen hat und weitere Unschönheiten. Ja, das passiert also scheinbar immer dann, wenn einem Fehlverhalten attestiert werden kann und auch wie in diesem Fall hier unter Klarnamen. Zum Glück hat außer ihm noch niemand anderes gemerkt, dass ich in meinem Leben noch nie gearbeitet habe. Anonymität ist also, das können wir festhalten, zumindest nicht die Wurzel allen Übels in Online-Diskussionen. Mindestens ebenso starke, wenn nicht gar stärkere Einflüsse haben andere Eigenschaften, die ich Ihnen hier mal mit Symbolbildern verdeutlichen will. Erstens, Online-Kommunikationsräume machen sichtbarer, was ehemals privat war. Auch früher wurde auf den Politiker oder die Politikerin geschimpft, der oder die ein unliebsames Gesetz auf den Weg brachte. Oft geschah dies aber im Privaten, zum Beispiel vorm Fernseher oder am Stammtisch. Heute findet dieser Unmut bei vielen Menschen relativ mühelos und mit nur einem Klick den Weg in die Öffentlichkeit. Dadurch scheint das Problem zuzunehmen. Zweitens, anders als in vielen Echokammern und Filterblasenszenarien, bringen viele Online-Kommunikationsräume Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten zusammen. Auf den Social-Media-Seiten von Nachrichtenmedien kommentiert der Busfahrer, ebenso wie die Restaurantbesitzerin und der Beamte im öffentlichen Dienst. Im Offline-Leben würden sich viele dieser Menschen nicht über Politik austauschen. Teilweise aus gutem Grund. Denn hier prallen zum Teil unterschiedlichste Perspektiven und Meinungen aufeinander, die den einzelnen Teilnehmenden mitunter fremd und vielleicht auch bedrohlich wirken, erscheinen. Die häufige Folge, Eskalation. Symbol für die unterschiedlichen Lebenswelten. Hier einmal das Bild vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck, der einem Arbeitslosen den sehr empathischen Rat gab, waschen und rasieren, dann finden Sie auch einen Job. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ist schon ein bisschen länger her. Drittens, egal ob unter Pseudonymen oder unter Klarnamen, wir nehmen uns in Online-Kommunikationsräumen meistens nicht gegenseitig wahr. Es fehlt die soziale Präsenz, die Mimik und die Gestik der anderen, die auch gleichzeitig für soziale Kontrolle sorgen kann. Das kann man, wie ich finde, immer recht gut an einem Beispiel aus dem Straßenverkehr verdeutlichen. Man sitzt im Auto, hat es eilig, vor einem kriecht ein anderer Verkehrsteilnehmer elend langsam daher. Wir fluchen vor uns hin und benutzen vielleicht auch nicht so nette Wörter, da wir den Menschen im Auto da vor uns nicht wahrnehmen, beziehungsweise uns auch nicht hineinversetzen können und eben nicht sehen, dass es sich vielleicht doch um eine Mutter handelt, die parallel noch mit ihrem schreienden Kind sich beschäftigen muss. Und schließlich, in Online-Diskussionsräumen haben Gruppennormen einen enormen Einfluss. Wenn Menschen sehen, dass andere in Diskussionen ungehindert pöbeln und beleidigen können, dann kann bei manchen der Eindruck entstehen, dass diese Verhaltensweisen in Ordnung sind und dass man sie somit auch problemlos selbst ausüben kann. Das hat dann etwas vom soziologisch ganz guten erforschten Phänomen des Social Littering. Wenn einer anfängt, auf öffentlichen Plätzen in eine bereits überfüllte Mülltonne noch weiteren Müll reinzuwerfen, kann man sich relativ sicher sein, dass sich weitere Menschen daran ein Beispiel nehmen und das auch tun. Das funktioniert auch in Online-Kommunikationsräumen. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Soviel zu den Eigenschaften von Kommunikationsräumen. Ich habe Ihnen aber auch gesagt, dass eine zweite Ursache für Inzivilität die Themen und Nachrichten sind, die Nutzende auf Online-Plattformen diskutieren. Wir haben bereits vor einigen Jahren eine recht große Studie durchgeführt, für die wir argumentiert haben, dass sogenannte Nachrichtenfaktoren von Themen und Ereignissen bei Menschen eine spezifische Betroffenheit auslösen können, die es wahrscheinlicher macht, dass sie diese Themen und Nachrichten inzivil kommentieren. Ein Experiment, das diese Mechanismen verbildlicht, zeige ich Ihnen später nochmal. Hier erstmal Ergebnisse einer relativ groß angelegten Inhaltsanalyse zum Thema. Wir haben für diese Studie Nachrichtenfaktoren in knapp 1000 journalistischen Nachrichten kodiert, zum Beispiel das Ausmaß an Kontroverse oder des berichteten Schadens in der Nachricht oder das Auftreten prominenter Personen. Und daran anschließend haben wir mehr als 15.000 zugehörige Kommentare auf das Vorhandensein von Inzivilität überprüft. Die Ergebnisse, die ich hier jetzt nur ausschnittshaft darstellen kann, waren, dass ein stärkeres Auftreten bestimmter Nachrichtenfaktoren tatsächlich mit mehr Inzivilität in den Diskussionen einhergeht. Wurde in der Nachricht über konflikthafte, moralisch stark aufgeladene und kontroverse Themen berichtet, wie damals die beginnende sogenannte Flüchtlingskrise, wir sprechen hier von 2015, da wurde die Studie durchgeführt, so waren in den zugehörigen Diskussionen im Schnitt 35 Prozent der Kommentare inzivil, während bei weniger moralisch aufgeladenen Themen, damals die Wahl des iranischen Präsidenten Rohani, wäre heute vielleicht auch anders zu bewerten, nur 21 Prozent der Kommentare inzivil waren. Ähnliches konnten wir beobachten für die sogenannte Etablierung eines Themas. Themen, die zu dem Zeitpunkt der Analyse schon lange in den Medien vertreten waren, damals zum Beispiel die Griechenland-Schuldenkrise, wurden im Schnitt inziviler diskutiert als weniger etablierte Themen, wie damals die relativ neue Mietpreisbremse. Etwas ähnliches haben wir 2020 mit der Corona-Pandemie beobachtet. Die wurde anfangs noch relativ gesittet diskutiert, aber je länger sie sich hinzog, desto mehr Unmut machte sich da auch breit in den Diskussionen. Wir konnten darüber hinaus zeigen, dass das Auftreten prominenter Personen in Zivilität anzieht. Vielleicht wenig überraschend. Was aber für uns noch dann doch etwas überraschend war, auch die Emotionalität der Bebilderung von Nachrichten hatte einen Einfluss auf die Inzivilität in den Diskussionen. Wurde die damalige Kanzlerin zum Beispiel in einer für ihre Verhältnisse recht emotionalen Pose abgebildet, wie hier auf der linken Seite, dann waren die Diskussionen der Nutzenden im Schnitt etwas inziviler, 30 Prozent, als wenn weniger emotionale Bebilderungen genutzt wurden, 25 Prozent. Wir sehen, über die Nachrichtengestaltung kann man die Diskussionen also auch zu einem gewissen Grad steuern. Schließlich, und das ist vielleicht für viele von Ihnen auch wenig überraschend, variiert das Ausmaß von Inzivilität von Thema zu Thema. Besonders anfällig für inzivile Diskussionen sind politische Themen. Im Schnitt 35 Prozent inzivile Kommentare bei solchen Themen. Aber auch Wirtschaft, Sport und Kriminalität waren mit 26 bis 28 Prozent inziviler Kommentare nicht weit davon entfernt. Themen dagegen, die weniger inzivil diskutiert wurden, waren damals Unglücke, Wissenschaft und Human Interest. Damit sind wir beim dritten Bereich der Ursachen von Inzivilität angekommen, den Nutzenden, also den Leuten, die inzivile Kommentare schreiben. Eine geläufige Meinung ist ja, dass Menschen, die übermäßig respektlose und herabwürdigende Beiträge online schreiben, vom Charakter so ein bisschen verdorben sein müssten oder vielleicht irgendwo falsch abgebogen sind. Ich kann vorweg schicken, man findet in Studien zwar Eigenschaften von Menschen, die mit einer vermehrten Produktion von Inzivilität einhergehen, die Erklärungskraft dieser Eigenschaften ist aber vergleichsweise gering. Woran das liegt, darauf gehe ich beim vierten Bereich der Ursachenforschung noch einmal kurz ein. Es gibt aber mittlerweile mehrere Befragungsstudien, die Menschen mehr oder weniger direkt fragen, wie häufig sie verschiedene Formen von Inzivilität selbst kommunizieren oder inzivile Beiträge anderer positiv bewerten. In diesen Studien werden dann auch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen von Menschen gemessen und dann statistisch mit der Häufigkeit in ziviler Kommunikation in Verbindung gebracht. Diese Studien finden heraus, dass Inzivilität online eher verbreitet wird, erstens von Männern als von Frauen, zweitens von Intensivnutzern von Social Media, drittens von Menschen, die eine politische Nähe zur AfD haben, zumindest in Deutschland, und viertens von Menschen, die bereits sogenannte Viktimisierungserfahrungen gemacht haben, die also zum Beispiel offline oder online gemobbt wurden oder die auf andere Weise Opfer von verbaler oder physischer Gewalt wurden. Schließlich spielen fünftens auch Persönlichkeitsmerkmale aus dem sogenannten Big Five Inventory oder der dunklen Triade eine Rolle. Demnach kommunizieren Menschen mit geringer Verträglichkeit und geringer Gewissenhaftigkeit, aber hohen Werten bei Psychopathie und Machiavellismus häufiger inzivil als Menschen, die andere Ausprägungen dieser Persönlichkeitsmerkmale haben. Wie gesagt, die Varianzaufklärung dieser Faktoren ist regelmäßig relativ gering. Was dafür spricht, dass andere situative Merkmale einen stärkeren Einfluss auf den Drang Menschen haben, jetzt sich besonders rüpelhaft zu verhalten. Dennoch sind diese Faktoren, die ich hier gezeigt habe, durchaus als signifikant identifiziert worden. Bevor ich aber zu den situativen Merkmalen komme, müssen wir, wenn wir über die Eigenschaften der Nutzenden sprechen, auch zumindest ganz kurz über die sogenannten Trolle sprechen. So sehen sie aus, zumindest einem sehr lesenswerten Bericht der FAZ zufolge, die einen dieser Trolle getroffen und interviewt hat. Ein Zitat, das ich nicht vorlesen werde, habe ich da unten angefügt. Wissenschaftlich gesehen sind Trolle Nutzende, die unter falschen Identitäten und mit pseudo aufrichtigen Motiven Zugang zu virtuellen Gemeinschaften erlangen und in der Folge Konflikte auslösen und andere Nutzer täuschen, unter anderem durch die Verwendung in ziviler und respektloser Sprache. Die Forschung zu Trollen zeigt immer wieder, dass es zwar nicht so viele echte Trolle gibt, dass die aber leider häufig sehr aktiv in verschiedensten Communities sind. Für die USA fanden Wissenschaftler in zwei Studien heraus, dass das Trollen, so nennt man das Verhalten, vor allem von Nutzenden mit wenig überraschend sadistischen Persönlichkeitszügen ausgeübt wird und dass diese Leute das vor allem machen, weil es ihnen so viel Spaß macht. Vielleicht auch weniger überraschend, aber das ist der wissenschaftliche Stand dazu. Ebenfalls in dem Bereich des Trollens fallen mittlerweile organisierte Bewegungen, die systematisch Hass online verbreiten, bestimmte Stimmungen machen und versuchen Diskussionen zu dominieren. Diese Trollkriege sind vor allem bei heiklen politischen Themen aktiv, wie zum Beispiel beim Ukraine-Krieg oder im Vorfeld von wichtigen politischen Wahlen. In Deutschland haben diese organisierten Bewegungen vor allem als Reconquista Germanica Bekanntheit erlangt damals. Die Aktionen dieser extremistischen Bewegungen wurden über einen sogenannten Discord-Channel koordiniert. Hier erhielten die Trolle Anweisungen, wo und gegen wen sie systematisch Hass und Falschinformationen verbreiten sollen. Reconquista Germanica gibt es zumindest offiziell nicht mehr. Studien zeigen aber, dass sich ähnliche Bewegungen ebenfalls über Social Media organisieren, zum Beispiel in Telegram-Kanälen. Das Ausmaß dieser Aktivitäten ist in der Kommunikationswissenschaft vergleichsweise wenig erforscht worden bislang. Eine schon etwas ältere Untersuchung zeigt aber Folgendes, was ich auch ganz interessant fand. Und zwar hat ein junger Wissenschaftler im Jahr 2018 ausgewertet, wer Facebook-Likes für Kommentare zu politisch heiklen Themen vergibt. Wer also häufig auch positive Bewertungen für Hasskommentare vergibt, die bei solchen Themen verstärkt erscheinen. Das hier ist ein Beispiel aus der sogenannten Flüchtlingskrise, zu der ein Nutzender schreibt, man könne das Problem von ertrunkenen Geflüchteten vermeiden, indem man in Deutschland einfach das Asylrecht abschafft. Relativ zynisch. Wer drückt bei solchen Kommentaren auf gefällt mir? Nun, die Analyse von Philipp Kreisel, so heißt der Wissenschaftler, zeigt, dass fünf Prozent der in Kommentarbereichen aktiven Nutzenden verantwortlich sind für 50 Prozent der Likes in den Diskussionen. So sieht das hier im Verhältnis aus. Ein Prozent der Profile ist sogar für 25 Prozent der Likes verantwortlich. Der Großteil der Accounts kommt laut der Analyse aus dem Umfeld der identitären Bewegung und aus anderen extremistischen Bewegungen. Es zwar anzunehmen, dass darunter auch sogenannte automatisierte Akteure sind, wie Social Bots, aber eben auch, dass solche organisierten Aktionen dann wirklich massiv in solche Kommentarspalten reingehen, um bestimmte Positionen zu fördern und andere abzuwerten. Zum Abschluss aber noch die Gegenthese dazu, dass die Kommunikation von Inzivilität primär in der Persönlichkeit und den Überzeugungen von Menschen verankert ist. Wer kennt es nicht? Man steht schon mit dem falschen Bein auf, bleibt auf dem Weg zur Arbeit im Stau stecken oder es fährt keine Bahn und dann schüttelt man sich auch noch den ersten Kaffee des Tages im Büro übers frisch gewaschene Outfit. In dieser Situation kommt der Kollege rein und teilt einem mit, dass man mit dem Entwurf für die gemeinsame Präsentation sich ja auch wirklich mal ein bisschen beeilen könnte. Viele von uns hätten in dieser Situation wahrscheinlich den Impuls, dem Kollegen ordentlich eine mitzugeben. Eine ähnliche Idee, wie das online ablaufen könnte, haben Forschende aus den USA gehabt. Ihrer These nach kann nämlich jeder zum Troll werden, wenn er oder sie in der Situation, in der er oder sie Kommentare liest, nur ausreichend schlechte Laune hat. Troll habe ich deswegen in Anführungszeichen hier gesetzt, weil die Wissenschaftler darunter nicht die vorhin beschriebenen Persönlichkeiten verstehen, sondern ganz allgemein Menschen, die irgendeine Form von respektlosen und aggressiven Beiträgen schreiben. Nicht nur solche, die das zum eigenen Vergnügen machen. Was haben die Forschenden gemacht? Sie haben ein Online-Experiment mit zwei Gruppen von Teilnehmenden durchgeführt. Um die Stimmung der Teilnehmenden zu manipulieren, haben die Forschenden einer Gruppe sehr schwere Aufgaben zum Lösen gegeben und der anderen Gruppe sehr leichte Aufgaben. Die Gruppe mit den schweren Aufgaben bekam zudem negatives Feedback zu ihren Leistungen, während die Gruppe mit den leichten Aufgaben positives Feedback bekam. So konnte man die eine Gruppe in eine positive Stimmung versetzen und die andere in eine negative. Im zweiten Schritt gab man dann allen Teilnehmenden eine Nachricht zum Lesen, zu der bereits einige Kommentare verfasst waren. Wieder wurden die Teilnehmenden dann zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine sah zivile Kommentare unter der Nachricht, die andere in zivile. Diese Unterscheidung wird gleich nochmal relevant. In allen Konditionen wurden die Teilnehmenden dann aufgefordert, mindestens einen eigenen Kommentar zu schreiben. Die Auswertung zeigte dann, dass Teilnehmende, die in die schlechte Stimmung versetzt worden waren, signifikant häufiger, nämlich 2,6 Mal so häufig, aggressive und abwertende und respektlose Kommentare schrieben als Teilnehmende mit positiver Stimmung. Sprich, die Situation, in der sich die Teilnehmenden befanden, mit schlechter Stimmung, hat sie quasi unabhängig von ihren Persönlichkeitseigenschaften dazu animiert, sich respektlos und inzivil zu verhalten. Zum anderen, das hier mit NEC-Kontext gemeint, zeigten die Befunde, dass Nutzende mehr inzivile Kommentare schreiben, wenn der Kontext der Diskussion entsprechend ist, wenn also die bereits vorhandenen Kommentare ebenfalls inzivil sind. Das unterstützt die These vom Einfluss der Gruppennormen, die ich Ihnen vorhin kurz beschrieben habe. In der Summe sprechen diese Befunde dafür, dass Nutzende unter den richtigen Umständen dazu geneigt sind, inzivil zu kommunizieren, unabhängig davon, ob sie eigentlich nette oder weniger nette Menschen sind. So, wie kann man das zusammenfassen? Zum einen habe ich schon mehrfach gesagt, Anonymität ist nicht die Wurzel allen Übels. Es gibt weitere Faktoren, die hier zu einer Enthemmung im Internet beitragen können. Medienschaffende und politische Akteure können inzivilität durch die Auswahl und Gestaltung von Botschaften zum Teil steuern. Das gilt sowohl für journalistische Medien, aber auch für zum Beispiel populistische Parteien. Und aggressives Kommentierverhalten scheint den vorhandenen Studien zufolge stärker in situativen Gefühlszuständen verankert zu sein als in der Persönlichkeit von Menschen. Das ist die Befundlage zu den Ursachen von Inzivilität in politischen Online-Diskussionen. Lassen Sie mich in den letzten maximal zehn Minuten jetzt nochmal auf die Folgen eingehen. Die Vortragsreihe heißt ja auch unter anderem Polarisierung. Und so viel kann ich Ihnen schon vorwegnehmen. Polarisierung kann auch eine Folge des Lesens von inzivilen Kommentaren sein. Was macht das also mit uns, wenn wir im Internet auf inzivile Kommentare treffen? Oder was macht das mit den Leuten, an die diese inzivilen Kommentare gerichtet sind? Nun, was wir zum einen in Studien immer wieder sehen, und das überrascht Sie jetzt auch nicht mehr, ist, dass Inzivilität weitere Inzivilität fördert. Es gibt immer wieder in vielen Analysen stabile statistische Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß an Inzivilität in einem früheren Kommentar und dem Ausmaß an Inzivilität in Folgekommentaren. Diese Inzivilitätsspirale lässt sich zum einen, das sage ich schon zum dritten Mal, mit den Gruppennormen erklären. Zum anderen gibt es auch eine Erklärung, die auf ausgelösten Emotionen basiert. Das Schlagwort hierfür heißt emotionale Ansteckung. Wir haben mehrere Experimente durchgeführt, in denen wir Nutzende zufällig zivile oder inzivile Kommentare gezeigt haben. Anschließend haben wir ihre Gefühlslage gemessen, also nach dem Lesen dieser Kommentare, und sie dann gebeten, ebenfalls einen Kommentar zur Diskussion beizutragen. Anders als die Studie vorhin, die im Vorfeld die Stimmung manipuliert hat, haben wir die Leute erst die Kommentare lesen lassen und dann ihre Stimmung gemessen. Diejenigen Nutzenden, die inzivile Kommentare gelesen hatten, gaben in unseren Experimenten danach an, dass sie sich wütender und verärgerter fühlen als Personen, die zivile Kommentare gelesen hatten. Statistisch konnten wir dann zeigen, dass das Ausmaß an gefühlter Wut und Verärgerung mit dem Ausmaß an Inzivilität in den Kommentaren zusammenhängt, die die Nutzenden selbst schreiben. Also wir haben es da mit einer Form von emotionaler Ansteckung zu tun, die weitere Inzivilität fördert. By the way, derselbe Mechanismus funktioniert auch für bestimmte Nachrichten und Themeneigenschaften. Auch hier konnten wir zeigen, dass zum Beispiel kontroverse und moralisch aufgeladene Themen die Leute einfach emotional sehr stark aktivieren und dass dieses Aktivierungsniveau mit dem Verfassen von inzivilen Kommentaren einhergeht. Während Inzivilität also zumindest kurzfristig weitere inzivile Partizipation fördert, deuten die verfügbaren Studien gleichfalls darauf hin, dass Menschen sich aufgrund von Inzivilität langfristig weniger an Online-Diskussionen beteiligen. Hier ist ein Zitat eines Nutzenden aus einer unserer qualitativen Studien, der sich vor dem potenziell inzivilen Reaktionen auf einen etwaigen Kommentar, den er selbst schreibt, fürchtet und deshalb schon gar nicht teilnimmt. Verbildlicht das ganz gut, was da die Befürchtungen mittelfristig sind. Oder auch in einer groß angelegten Befragung gaben 47 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie sich wegen des inzivilen und hasserfüllten Diskussionsklimas heute online seltener beteiligen, als sie das früher gemacht haben. Das wiederum ist auch deshalb problematisch, weil es sogenannte Silencing-Effekte impliziert. Eine zivilisierte Mehrheit entscheidet sich also nichts mehr zu Online-Diskussionen beizutragen, wodurch ihre Stimmen mittelfristig verstummen, während eine lautstarke Minderheit die Online-Diskussion zunehmend dominiert. Da haben wir schon einen gesellschaftlich durchaus problematischen Effekt. Eine weitere untersuchte Folge von Inzivilität ist die Polarisierung. Wenn Sie heute schon Nachrichten gelesen haben oder diese Vortragsreihe schon länger verfolgen, ist die Chance groß, dass Ihnen das Narrativ bereits begegnet ist, dass unsere Gesellschaft zunehmend gespalten erscheint zumindest. Menschen mit unterschiedlichen Meinungen reden nicht mehr miteinander, es bilden sich unversöhnbare Lager, die sich eher bekämpfen statt miteinander kooperieren wollen. Und inwieweit Inzivilität in Online-Diskussionen hierzu beiträgt, dazu gibt es wieder eine experimentelle Studie, die ähnlich aufgebaut ist wie die, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Hier wurden zu Beginn gefragt, ob sie den Einsatz von Risikotechnologien wie Nanotechnologie befürworten oder eher ablehnen. Dann sahen sie eine Nachricht über Nanotechnologie unter der, je nach Experimental- oder Kontrollgruppe, Sie kennen es schon, in zivile oder zivile Kommentare standen. Anschließend wurden alle Teilnehmenden gefragt, wie hoch sie das Risiko des Einsatzes von Nanotechnologie einschätzen. Und da zeigten sich interessante sogenannte Interaktionseffekte, die auf eine Polarisierung hindeuten können. Während Teilnehmende, die zivile Kommentare gelesen hatten, hier auf der linken Seite, das Risiko des Einsatzes von Nanotechnologie unabhängig von ihrer Voreinstellung zu dieser Technologie ähnlich bewerteten, hier von eins bis fünf, hohes wahrgenommenes Risiko versus geringes wahrgenommenes Risiko, polarisierten in zivile Kommentare die Wahrnehmung der Teilnehmenden in zwei Richtungen, hier auf der rechten Seite abgetragen. Diejenigen, die zuvor Nanotechnologie bereits ablehnten, nahmen nach dem Lesen von in zivilen Kommentaren ein noch höheres Risiko durch diese Technologie wahr, während Befürworter der Technologie durch das Lesen in ziviler Kommentare ein noch geringeres Risiko wahrnehmen. Es kommt also in geringem Ausmaß, muss man dazu sagen, zu einer Einstellungspolarisierung. Naja, okay, das bleibt ja in den Köpfen der Leuten, könnten Sie jetzt sagen. So schlimm ist das ja vielleicht auch noch nicht. Doch tatsächlich können wir eine Polarisierung auch im Verhalten von Menschen, zum Beispiel gegenüber hilfebedürftigen Gruppen nachweisen. Keine Sorge, das ist zumindest schon das vorletzte Experiment, das ich Ihnen heute zeige, aber es zeigt ganz gut, wie sich eben auch das Verhalten von Menschen im realen Leben durch in zivile Kommentare ändern kann. Hier wurde Teilnehmenden an unserer Studie am Anfang gesagt, dass sie für ihre Teilnahme eine Aufwandsentschädigung bekommen, in Höhe von fünf Euro. Dann haben wir die Teilnehmenden wieder in mehrere Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sah eine Nachricht über gewalttätige Übergriffe auf ein Asylbewerberheim und dazu kritische, aber zivil formulierte Kommentare gegenüber Geflüchteten. Eine andere Gruppe sah dieselbe Nachricht mit respektlosen und hasserfüllten Kommentaren gegen Geflüchtete. Anschließend wurden einige Einstellungen der Teilnehmenden gemessen, bevor ihnen gesagt wurde, dass sie einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung auch gerne für eine Hilfeorganisation, eine Hilfsorganisation spenden können. Hier wurde den Teilnehmenden dann zufällig entweder eine Hilfsorganisation für Geflüchtete oder für Obdachlose angezeigt. Und was können wir hier sehen? Die Grafik kommt Ihnen wahrscheinlich schon ein bisschen bekannt vor. Hatten die Teilnehmenden zivile Kommentare gelesen, hier wieder auf der linken Seite, spendeten sie in der Folge etwa gleiche Teile ihrer Aufwandsentschädigung, etwa 100 Cent, also einen Euro, an die Flüchtlings- oder die Obdachlosenhilfe. Also die Beträge, die sie spenden, waren für beide Hilfsorganisationen ungefähr gleich. Hatten sie dagegen inzivile Kommentare gegen Geflüchtete gelesen, spendeten die Teilnehmenden im Schnitt nur etwa 80 Cent für die Flüchtlingshilfe, dafür aber 140 Cent für die Obdachlosenhilfe. Inzivile Kommentare scheinen also tatsächlich auch das Verhalten im Alltag von Menschen im Sinne einer Polarisierung zu beeinflussen. Ein Phänomen, das man hier auch sozialpsychologisch mit Outgroup Hate versus Ingroup Love erklären kann. Wird zum Beispiel in Kommentaren Stimmung gegen eine vermeintliche Outgroup gemacht, zum Beispiel die Geflüchteten, kann dies das Zusammengehörigkeitsgefühl in und die Solidarität mit der Ingroup stärken, zu der anscheinend für die Teilnehmenden auch die Obdachlosen, vielleicht als zumindest Deutsche, in Anführungszeichen, gezählt werden. Interessant ist, dass wir in derselben Studie, darauf gehe ich hier aber nur ganz kurz ein, dass wir da zeigen konnten, dass den Teilnehmenden diese Effekte zum Teil gar nicht bewusst sind. Wir haben alle Teilnehmenden gefragt, inwieweit sie Stereotypen aussagen, wie Geflüchtete sind kriminell zu stimmen. Da gab es aber keinen Unterschied zwischen den Teilnehmenden, die zivile, aber kritische Kommentare gesehen hatten und denjenigen, die inzivile Kommentare gelesen hatten. Beide hatten ungefähr den Aussagen zu diesen Stereotypen-Items ähnlich zugestimmt. Gleichzeitig haben wir in der Studie aber einen sogenannten impliziten Assoziationstest durchgeführt, mit dem man weitgehend unbewusste Vorurteile von Menschen sichtbar machen kann. Und hier zeigte sich dann eben sehr wohl, dass die hasserfüllten beziehungsweise inzivilen Kommentare die unbewussten Vorurteile von Menschen sichtbar machten und einen Einfluss darauf haben, wie stark die ausgeprägt sind. Und diese Stärke der unbewussten negativen Vorurteile gegenüber Geflüchteten war dann auch in einem statistisch signifikanten Zusammenhang mit dem Betrag, den die Leute für die Hilfsorganisation gespendet haben. Und das macht eigentlich tatsächlich die wirkliche Gefahr von Hasskommentaren aus, dass auf einer bewussten Ebene die Leute denken, sie können sich dagegen wehren, auf einer unbewussten Ebene aber durchaus hier was passieren kann. Weit darüber hinaus. So, abschließend noch kurz zur Wirkung von Inzivilität auf die Personen oder Institutionen, die davon betroffen sind. Tatsächlich kapitulieren immer mehr Nachrichtenmedien vor der schieren Menge an inzivilen Kommentaren und sagen, dass sie sie nicht mehr bewältigen können. In der Folge schließen sie Kommentarbereiche zumindest auf den Websites. Mit der entsprechenden Folge wiederum, dass eine demokratische Partizipationsmöglichkeit auch für die vielen Nutzenden entfällt, die wichtige und legitime Beiträge veröffentlicht haben. Dass dieser Schritt aus Perspektive der Medienschaffenden zum Teil nachvollziehbar ist, untermauert aber auch hier wieder eine größer werdende Zahl an Studien, die zeigt, dass das, was im Kommentarbereich passiert, eben nicht im Kommentarbereich bleibt, sondern auch auf die Medienhäuser abfärbt, die die Diskussionen anbieten. Ich erspare Ihnen jetzt eine genaue Erläuterung des Designs dieser Studien, da sie ähnlich angelegt sind, wie die Experimente, die ich Ihnen vorhin schon im Detail gezeigt habe. Auf jeden Fall zeigen diese Studien relativ einheitlich, dass Menschen, die inzivile Kommentare zu Nachrichten lesen, das gesamte Nachrichtenmedium und natürlich auch die zugehörigen Nachrichten als weniger professionell und weniger glaubwürdig wahrnehmen als Menschen, die größtenteils zivile Kommentare unter den Beiträgen lesen. Das sieht man hier. Positive Einstellungen gegenüber dem Medium waren bei den Menschen, die vorrangig zivile Kommentare gelesen hatten, stärker ausgeprägt als bei den Menschen, die vorrangig inzivile Kommentare lesen. In der Folge fühlten sich die Menschen auch weniger loyal gegenüber dem Nachrichtenmedium. Heißt also, die Medien können nicht ignorieren, was da in den Kommentarspalten passiert, weil es auf ihr Image gewissermaßen abfärbt. Und schließlich haben inzivile Kommentare auch konkrete Auswirkungen auf die Arbeit der Medienschaffenden oder auf die Adressaten der inzivilen Kommunikation. Ich habe vorhin schon über Silencing-Effekte gesprochen. Tatsächlich zeigen sich solche Effekte auch auf die Medienschaffenden selbst. Eine Befragung von 322 Journalistinnen und Journalisten fand heraus, dass immerhin 16 Prozent der Befragten aus Angst vor inzivilen Angriffen gegen ihre Arbeit aktiv vermeiden, über bestimmte Themen zu berichten. Mehr als die Hälfte der Befragten äußert Verständnis für KollegInnen, die solche Entscheidungen treffen. Das ist schon bedenklich, weil natürlich die Demokratie damit Gefahr läuft, dass die wichtige Informationsfunktion der Medien umfassend und vielfältig über Themen zu informieren. Gefahr läuft, durch Inzivilität unterminiert zu werden. Auch auf Ebene der Politik zeigen das immer mehr Einzelfälle und Studien, dass zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihr Amt niederlegen aufgrund von massiven inzivilen Angriffen oder dass Politikerinnen und Politiker darüber nachdenken, wie lange sie das Ganze noch ertragen wollen. Wiederum ein Zwischenfazit. Wir haben gesehen, Online-Hate does not stay online. Die Konsequenzen von Inzivilität in Online-Diskussionen können auf das reale Leben von Menschen sich auswirken. Wir haben gesehen, es besteht durchaus eine Gefahr der Polarisierung und Radikalisierung von Online-Meinungsbildungsprozessen, wenn die Menschen mit viel Inzivilität in Berührung kommen. Was man aber auch gleichermaßen sagen muss, ist, dass die Studien, die es zu dem Thema gibt, dass die meistens experimenteller Natur sind und gewissen Limitationen unterworfen sind. Die Effekte, die sie finden, sind meist nur schwach bis moderat. Also es ist nicht so, dass aus jedem Menschen, der inzivile Kommentare liest, automatisch ein unsozialer Zeitgenosse wird. Das müssen schon sehr viele kumulative Wirkungen dann sein. Und man findet in Experimenten eben keine langfristigen Effekte. Man sieht nur das, was unmittelbar nach dem Lesen dieser Kommentare passiert. Da die Zeit jetzt schon sehr fortgeschritten ist und sich Ihre Geduld nicht noch länger strapazieren will, nur ein kurzer Ausblick an dieser Stelle. Noch weitere Aspekte können wir gerne in der Diskussion noch vertiefen, wenn Sie denn möchten. Erster Punkt. Ich habe Ihnen jetzt insgesamt wahrscheinlich eine eher pessimistische Perspektive auf Inzivilität vermittelt. Aber die meisten von uns haben andere Personen wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation schon einmal nicht übermäßig respektvoll behandelt. Ob im Affekt, im Streit oder einfach, weil man diese Personen nicht ausstehen kann. Bis zu einem gewissen Grad ist Inzivilität menschlich. Nur sehen wir heute aufgrund der erhöhten Öffentlichkeit im Internet einfach häufiger, was Menschen eben im Privaten früher getan haben. Manchmal ist Inzivilität auch notwendig. Diese Perspektive habe ich heute noch gar nicht aufgemacht. Nämlich zum Beispiel dann, wenn Menschen politische Ungerechtigkeit erfahren haben, gegen die sie sich nur wehren können, indem sie lautstark und auch auf respektlose Weise ihre Stimme erheben. Vielleicht können sie auch legitimen Positionen nur so Aufmerksamkeit verschaffen, weil sie die Selektionsmechanismen der Medien kennen, dass die sich nämlich auf Kontroverse und Konflikt fokussieren und man mit einer argumentativ geführten Debatte selten in die Medien kommt. Auch generell sollte beim Umgang mit Inzivilität stets das hohe Gut der Meinungsfreiheit abgewogen werden. Mitunter können Äußerungen zwar unbequem und grenzwertig sein, aber nicht unbedingt rechtswidrig. Dann kann deutliche Gegenrede sinnvoller sein als das simple Löschen eines Beitrags. Der Vortrag hier soll also nicht missverstanden werden als ein Plädoyer gegen Inzivilität, zumindest nicht pauschal. Was wir brauchen ist Differenzierung. Nämlich dort, wo sich Inzivilität als struktureller und systematischer Hass niederschlägt, das ist der zweite Punkt gegen Personen und Gruppen, da wird sie potenziell demokratiegefährdend. Dann erscheinen auch Maßnahmen zu ihrer Eindämmung gerechtfertigt. Und wenngleich die Politik, die Forschung und die Plattformbetreiber hier etwas im Verzug sind, gibt es mittlerweile doch verschiedenste Bemühungen in diesem Bereich. Von automatisierter Moderation über zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen den Hass im Netz stellen und oder Betroffenen Unterstützung geben, bis hin zu Gesetzen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Bei allem müssen wir aber auch bedenken, und das ist der dritte Punkt, dass Inzivilität für verschiedene Akteure in der Gesellschaft ein gutes Geschäft ist. Polemische und respektlose Äußerungen sichern politischen Akteuren Aufmerksamkeit, garantieren Medien werberelevante Klicks und bringen den Plattformen eine erhöhte Verweildauer der Nutzenden. Zumindest kurzfristig, weil Inzivilität nämlich auch immer etwas Spannendes und Unterhaltsames hat. Diese differenzierten Betrachtungen sind neben den Zwischenfazits genannten Differenzierungen und Einschränkungen wichtig. Und wir sollten auch im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurs die positiven Seiten von Online-Diskussionen nicht vergessen. Dazu könnte ich Ihnen einen eigenen Vortrag halten, aber es gibt die konstruktiven und deliberativen Momente in Online-Diskussionen. Es gibt die Studien, die zeigen, dass Menschen Wissen mitnehmen aus diesen Diskussionen und dass sie zum Teil sogar toleranter werden, wenn diese Diskussionen nicht durch ein Übermaß an Inzivilität dominiert werden. Und damit hoffe ich Ihnen jetzt erstmal mit dem Fokus auf Inzivilität einen halbwegs interessanten und erkenntnisreichen Einblick gegeben zu haben. Ich freue mich auf Fragen und Anmerkungen in der Diskussion. Welche haben? Vielen Dank. Bis hierhin. Vielen Dank.